hey freunde willkommen zum heutigen test heute sind die plutonium hero oder so ähnlich dran plutonium rockets sage ich jetzt einfach nur sind von robo fireworks wir haben hier sechs raketen im sortiment preislich liegen wir hier zwischen drei und vier euro natürlich je nachdem wo ihr kauft das ist alles immer sehr fragwürdig wir haben ja auch alles 19 gramm neem raketen das heißt wir sind ja ganz gut dabei würde ich sagen eine gesamt neem haben wir dann von 114 gramm und wie gesagt sind ganz normale ganz normale silveste raketen und dann würde ich mal sagen gehen wir recht raus zu zünden und ich würde mal sagen wir zünden einfach frei weg schöne farben muss man sagen schöne farben sonst machen wir mal eine alleine ja doch sehr schön für den preis also mir gefallen sie für den preis jetzt versuchen wir mal die letzten zwei noch gleichzeitig fertig so ja ich möchte mal sagen das plutonium hero rockets kann man sich kaufen für den preis macht's gut bis gleich bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal